Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Team Binding of Isaac. Ich hätte ja gerne heute Far Cry aufgenommen, aber ich habe es vorhin mal ausprobiert. Sobald ich aus dem Spiel raus habe, um die Aufnahme zu starten, hängt sich auf jeden Fall das Spiel auf. Das ist mir richtig, richtig ankotzt. Ja, ich werde jetzt versuchen, das Spiel mal im Fenstermodus zu starten und das dann aufzunehmen. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber egal. Deswegen gibt es jetzt noch eine Folge Binding of Isaac. So, letztes Mal haben wir hier die 7-Years-Battle-Luck-Challenge gemacht. Und jetzt geht es weiter mit der Large March Challenge. Wollen wir mal. Na, so sieht das schon mal gut los. Ähm, könnt ihr mal hier rüber gehen? Oder nicht, ne, ne, da bleiben. Lebst du da? Ah, toll. Du gehst jetzt mal... Komm, 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 komm. Rüber mit dir. Rüber mit dir. Rüber mit dir. Genau so. Ah, gut. Ich würde hier noch mal hinlegen, aber... Na ja. So. Was ist denn mal hier? Toll. Was ist das für ein scheiß Level? Das geht ja mal super, super, super los. Oh, fuck. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, Minzen. Ganz toll. Ich würde hier mal hinlegen. Ich würde hier mal hinlegen. Das ist schon mal gut. Und weiter geht's. Ach Gott, das sind meine Lieblingsfreunde. M1 Nicht treffen lassen Sehr schön Hier ist natürlich auch nichts Toll, toll, toll So macht das Spaß Ach Gott, ich hoffe, dass etwas Gutes im alten Raum ist M1 Ach, jetzt komm schon Ach, das ist doch kacke, ey, wenn die dort festhängen Toll, 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 toll Du kommst hier, du spawnst hier nichts Ach, wieder nichts Was ist denn los Okay Ey, ich melde das an den Fressen M1 Das ist echt fies, klar, auf der ersten Ebene Im verschlossenen Itemraum Oh Gott, siehste Jetzt wie ich es vergessen habe Binding of Isaac Wiki Wo bist du? Da Trinkets möchte ich keine Möchte Spades Bar Items Mums 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 bra Causes Isaac To wear the bra for a short period of time Freezes in me for the next 5 seconds Okay Mal schauen Haut sich ganz nett an Ach Gott, ey, was ist denn los hier Ey Gib mir doch wenigstens ein paar Schlüssel in die Hand Oder ein paar Bomben Ist mir scheißegal Ich bin gerade ein ziemlich scheißer Geht raten, dass hier Der Ach, Mann Dürf da oben sein Bla, bla, bla Ach ja, macht das Spaß Hallo Stürf doch, danke Nächstens was So, ne Bombe Ist schon mal gut Noch ein Itemraum Ach stimmt, der ist der Curse of the Dark Äh, Coach Curse of the Labyrinth Und was auch mal hier drin Halbes Herz und ne Bombe Und was auch mal hier schön ist Nice Geiles erstes Item Dadurch kann ich mich durch alles durchsehen Und entdecke sofort Super Secret Räume Oder Secret Räume Oh, ist das herrlich Das macht alles wieder wett Ein bisschen Zwar kein Damage Item Oh, ist das Ich meine, jetzt kommen rübergesprungen Oh ja, ich würde noch weiter springen Ah Ah Ah, ich muss auf ihren Ach, jetzt komm schon Noch ne Bombe Gut Dann möchte ich mal was ausprobieren Ha, toll Toll, 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 toll Geld Okay Ach, ich brauche ja Ich bin doof Gerade sage ich noch Ich kann durch Räume durchgucken Und probiere dort die Dings auszublenden Na Da haben wir Ach Gott, ey Oh Das nehme ich doch lieber Das ist das Unicorn Mit dem schönen Item Verwandeln wir uns in den Einhorn Und machen Damage über eine bestimmte Zeit So, jetzt noch ein Super Secret Räume Suche Nice Ich probiere es mal Ich kriege mal ein schönes Trinket Ace of Space kriegt Clube Dadurch kriege ich mehr Karten Ich bin echt nicht irre Das war's auch. Proof is chance of finding tarot in Deck-Cards. Oh, das ist doch gut. Nachbarn 14, dass ich mir über. Gucken, vielleicht kommt noch eine Karte. Ach, der Pushpin. Ne, ich bin mir überlegen. Das Ding hier. Gut. Reicht zu. Das tue ich mir auf. So. Wir haben jetzt noch drei Bomben. Mit einem Bombe. Wollen wir hier? Ach, das war so klar, ey. Ich hasse rote Tum. Jetzt stürmen wir wenigstens. Und der anderen Bombe, die wir holen, zerstören wir. Zack. Oh, nice. The Death. Schlüssel. Und dann nehmen wir die Uhr noch mit. So. Kann ich an die Wand? Ja. Komm. Ah, naja. Ah, noch ein Schlüssel. Ah, gar nicht mehr so schlecht. The Devil and the Death. Oh. Oh. So, wie er es wie Karten ich nicht auseinanderhalten kann. The Devil and the Death. Wollen wir sie denn? Death Damage? Oh, Animals? Okay. The Increases Damage until you release current Drew. Ah, toll. Ah, nehme ich erst mal ein Death mit? Da gehe ich noch nicht rein. Gut. Gehe ich jetzt erst mal zum Boss. Was haben wir hier? Verdammt. Ah, lass mich in Ruhe, ey. Ah, ich hasse Spinn. Hab ich das schonmal gesagt? Ach so, ja. Da war ja was. Ah, ich bin doof, ey. Danker. So. Wir wollen mal da hingehen. Obwohl ich jetzt noch die anderen Tower-Card. So. Me lieben. Me lieben. Und mit dem... der wird ich dann den nächsten Buss noch pläten, hoff ich zumindest da haben wir sie zack, Devil das war ja die Scheiße ach ja, das Ding ja weg so, dann hier durch und das Wack zum Spitten aus Rune mal schauen, wen haben wir hier äh, Blumen no problemo und ein Keeper von mir, nice er ist hier nicht gerade noch ein Herz rumgespürt na egal so so was waren da unten noch für ne Truhe wo kam ich da ran ja, die nehm mal mit Bomben und Geld war eigentlich noch so, mal so und Ron ach ne, ne hebe ich nela, ich lass es, ne hebe ich mit schlüsselüber auf das ist mir n bisschen zu riskant wie jede Scheiße Dings man zu nehmen könnte ich natürlich das war nur scheiße okay also ist eigentlich eingehen also der luna mond der müsste theoretisch dass ich fliegen kann das müsste ich noch mal nachgucken das weiß ich gerade nicht der katzenkopf er ist der falsche da war es dann Mann wo ist es denn Deadcat bräuch ich nicht Brimstone wäre natürlich nice Spawns 2,5, blue flies to damage enemies Aber ich will eigentlich mal wissen was dieses Mond ist Wo haben wir denn den Da haben wir da Grins Isaac Flight and Spectral Tears Oder fliegen Ich probier's Ich probier's Oh Gott das wird doch nichts Jetzt brauchen wir auf jeden Fall schnell Leben Und damage Jetzt weiß ich auf jeden Fall wo wir noch hingehen Und dann nimmt man doch wahrscheinlich die Job mit Oder Nee lieber nicht Aber ich werde jetzt auf jeden Fall Oh Gott hoffentlich war das kein Fehler Gut Das geht immer an die nächste Ebene mit Ohioioioioioioioi Dass so klug war Höllisch aufpassen Das kann gehen Hä 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 Was Die Herzen mitnehmen Und los Probier mal's Wenn's nicht wird Schaut mal einfach mal hin Das ist jetzt natürlich der Vorteil Können wir uns in Ruhe Die Viecher hier fertig machen So zack Huh Gut Hoppa Sehr schön Okay Den nimmt mich mit Das ist mal Glück ich bin jetzt echt gelohnt oh danke mensch ist heute großzügig zu uns du hast es noch noch mehr geld ich würde sagen jetzt habt ihr mir schon wieder zu wer Ich kann es mal von Herzen geben, wenn ich die Blöckmaschine von benutzen kann. Oh, bitte, 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 gib es mir einfach. Ach, Mann. Wieder nicht. Na los, komm schon. Noch mehr Geld. Ich hätte es gedacht. Herzen, ja, bitte, 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 bitte. Ach, Mann, komm schon. Ich weiß, da habe ich doch genug. Ja, bitte, komm schon. Alter, was ist los mit dir? Guck nicht so doof. Mein Geld. Ja, 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 ja. Ah, jetzt reicht es aber hier. Komm. Danke. Guck mal gucken, was da für ein Herz. Ein halbes. Ach, komm. Zack. Ah, eine Münze. Und du gibst mir jetzt eine Fliege da. Durch dich kennen. Ach, Mann. Gut. Oh, fass. Aufpassen. Kaputt. Oh, aufpassen. Was haben wir hier drin? Strength. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Oh Gott. Was gut ist, ich kann hier durch die Sterne durchschießen, durch die Spectral Tears. Oh, ich renne genau rein. Gut. Was haben wir hier schön aus? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Schnell hier hoch. Mann, jetzt kommt endlich her. Sehr gut, Nummer eins. Komm schon. Komm her. Kommt her. Sehr gut. Ah, lass mal noch mit. Ah, 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 ah. Ne, 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 ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Gleich jetzt ganz. Ob ich gerade, wie ich das geschafft habe, mir überhaupt die Dinger auszureichen. Boah, das war unter Ewigkeiten. Das ist ein super Secret Room. Mal gucken, was er uns bringt. Na komm, explodiere doch. Oh, ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Oh, ey, jetzt hat er Ewigkeiten gedauert. Die Zecke. Ne. Ne, 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 ne. Dadurch kann man dann nur noch das Ding anlegen und es wird kein anderes Trinket mehr angelegt. Das gehe ich nicht ein, das Risiko. So. Was haben wir hier? Oh Gott. Gut, dass ihr fliegen könnt. Na, halbes Herz, gut. Das coole ist, ich kann jetzt hier stehen bleiben. Die treffen mich nicht. Komm, haben wir durch. Nein. Meins. Ich gehe noch nochmal sicher ein. Die wenig leben, was wir haben. Das entscheidet euch doch mal. So, den haben wir platt. Den haben wir platt. Den haben wir platt. Und den haben wir. So, was haben wir da schönes? Tour für Clubs. Das gibt uns doppelte Mom-Monster. Nehmen wir noch mit. Strength. Was war noch? Ein halbes Herz, gut. Aufheben. Kaputt, kaputt, kaputt. Komm, komm, komm. Gut. Und runter. Ich weiß, da habe ich eine Idee. Da habe ich eine gute Idee. Ein Herz können wir opfern. Ein Herz können wir opfern. Da haben da noch zwei rumliegen. Und... Den anderen. Win, win, win. Einfach nur win. Nein. Mensch, das läuft da sehr gut. Ja, das ist immer eine schöne Kombination. Book of Shadows. Es gibt uns ein Schutzschild für eine gewisse Zeit. Und das können wir natürlich... Während der Zeit kriegen wir halt keinen Schaden. Und dann können wir halt... Im Prinzip in der Zeit unendlich Herzen opfern. Creed, äh da fick dich. Ne, ne, ne. Komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Gell. Oh fuck. Oh, noch ein Eitel kommt, sehr schön. Da ist jetzt immer ein Korsos. Uuuuuh, nicht schießen, nicht schießen. Ich werde schon schießen, aber nicht auf mich. Komm, stopp, stopp. Sehr gut. Oh, noch ein Schlüssel. Haben wir wohl nicht genügt. Oh, die zieht... Alter, was? Warum? Dann gibt es mir so ein Items. Ah, das ist nicht für einmal... Zitrone? Verlässt es gleich mit dem Zitronenglas? Das interessiert mich gerade ein bisschen nicht loben. Ah, ich glaube, ich weiß, was es war. Und zwar... haben wir die größte... geringste Distanz überhaupt, aber schießen halt sehr viele... ...Tiers. Ey, mir jetzt nicht... ...dürre. Ne, das war das, ne Bauern. Oh, doch, die Zitrone, das. Ah, ich glaube schon. Ich glaube doch, ein Spacebar, Alter. Ja, muss sein, und es ist hundertprozentig. Ach, Mann. Ach, Mann. I have an accident creating a pool which damages... Bla, bla, bla. Scheiße. Ach, Mann. Oh, Gott. Hier, schön, Viecher. Oh, das war fies. Ah, jetzt reicht's aber. Gut. Jetzt höre ich mir erst mal das Herz. Ich gehe hier auf... wirklich auf Nummer sicher. Ich möchte hier nichts... ...spiel setzen. Ah, toll. Mir fehlen... ...ein paar Münze. Gut. Dann runter, dort unten, oder die Dinger. Abschicken. Oh, Gott. Ah, ich kann ja... ...würde nicht das Problem sein. Es ist gut, ob man fliegen kann. Es ist gut, ob man fliegen kann. Ich gebe es nur noch auf. Oh, Hallihallo. Ich kann nicht schön leicht töten. Das ist cool gewesen. Und ich krieg noch Geld. Oh, eine sauere Ewigkeiten. Na los. Gell? Ja gut, da kann ich doch noch mal in den Shop gehen. Komm, drei Münzen sind da mindestens drin. Oh, ja. Nice. Gehen wir noch mit. Die Judgment-Karte immer nur auf. Und zwar... So. Äh, Judgment-Karte. So. Bitte. Friendstil in. Okay. Tearstown. Dankeschön. Telepille. Oh, Arrow-Room. Wie geil. Tower nur. Naja. Tower. Ah, ja. Das weiß nichts. Guck mal. Ja, das kann auch manchmal kommen. Ja, das kann auch manchmal kommen. Der Arrow-Room. Der ist aber ziemlich, sehr, 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 sehr selten. Oh, nochmal Bomben. Ja. Kann man halt hier dann schon deportiert werden. Und dann kommt halt, ich glaube, vier verschiedene Räume können erscheinen. Das Item ist das von Magdalene. Kriegen wir, wenn wir das benutzen, ein Herz, wieder ein halbes Herz. Meinstes Herz, weiß ich gar nicht. Äh, ich nehme mal trotzdem lieber das Unicorn mit euch. Nimm's mal kurz. Muss mal hatten. So. Und tschüss. Ach nee, genau, jetzt geht's dann in die nächste Ebene. Okay. Abgehört. Wir nehmen das Book of Shadows mit unten. Das Spiel. Müssen wir kurz warten. Ach, ja. Ach, ja. Läuft das wieder mal gut. Nee. Oh, die auf dem Kart rum. Oh nein, das ist fies. Ist jetzt so fies. Ist jetzt sowas von fies zu mir. Oh, ich treffe hier absolut gar nichts. Oh, je. Das geht nicht los. Ja, wenn Greed mich trifft, sieht man da völlig Münzen. Immer eine. Oh, ich hasse diesen Gegner. Also diese Köpfe von ihm, ey. Oh, ey. Ja, ist er nun gut, Mensch. Ich lebe ihn nur tot. Alles. Ey, jetzt stirb doch ganz einfach mal. Ja, gut. Ach, Gott. Komm, Replay. Ach, soll sich nicht auf mir sitzen? Ah, der Park war nicht so doll. Beziehungsweise ich hab's ein bisschen doof angestellt. Ah, naja, komm. Ah, ne Trollbomb. Natürlich da nichts drin. Da sind zwei, drei. Da haben wir auch schon zwei Hertz und noch mehr. Ach, Gott. Ach, ist das hier ein Spaß. Auf jeden Fall Schlüsse. Sonst wird das hier nichts. Ach ja, das ist auch der zweite Raum. Also, ohne Dings geht nichts. Ohne Schlüsse. Ich probier's ganz einfach mal hier. War ein mal Glück. Okay. Man bekommt gleich noch Schlüsse dazu, aber manchmal auch nicht. Ach, Herz ohne Ende. Boah, wie ich euch hasse, ey. Ich sprich mir viel zu sehr rum. So, ihr sollt darüber hin gehen. Noch mehr Herzen. Juhu. Oh, das macht keinen Spaß. Oh, die Schlüsse. Mixen ihn. Ach Gott. Ist ein schöner Raum. Oh, die Schlüsse. Mixen ihn. Ach Gott. Sehr gut. Sehr gut. So. Was haben wir hier noch? Oh, da. Noch mehr Fliegen. Oh, ja. Noch ein Schlüsse. Oh, sehr gut. So. So. Was haben wir hier noch? Oh, da. Oh, ja. Noch ein Schlüsse. Oh, sehr gut. Kann mehr darüber einen Besuch. Gähm mal gleich mal hin. Bitte gib mir was ordentliches. 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 Das Cookbook. Na, na ja. muss die damit zaubertöten zwar verschießt das wie die tauglöcke hat worts ist an bestimmten plätzen halt bomben unterfallen im raum das ist ein kleiner zu sagen bettler in unseren menschen auf wenn ich schnell genug sind und halt braucht halt manchmal ein paar jobs ja das kann ganz gut sein manchmal ziemlich scheiße noch ein herz ach man ey was möchte mit dem ganzen herzen na da hat das gesehen ah ja der klappen kann ich brauchte eigentlich da drüben muss ich wirklich sagen ach man ey ein missing page oh gott was ich gerade auch nicht genau missing page was war das was war das 100% induced necromantic effect upon taking damage ok also irgendwie hat fünf prozent chance allen gegen schaden zu ziehen ach das ist last ich hasse ihn ich muss das ausprobieren naja die truhe toll uns nichts bringt aber ist der schnell ich hätte die scheiß alles nicht wegsprengen können aber es sieht sehr gut bis jetzt aus sehr gut und komm hier hat hier ist da und rage ab auch das aber nicht so bisschen glück bist du doch nicht ja ja so jetzt gut Was haben wir hier schönes? Der Joker, der überlegt uns sofort zum Devil Rom, äh zum, ja, Devil Rom. So, danke. Nehmen wir noch mit. Und wen haben wir denn hier? Ach Gott, Lauter Fleiß. Ich hasse diese ganzen Fliegen, ey, die halten mir viel zu viel aus. Aber wir versuchen so schnell wie möglich zu... Aber wenn hier kein Devil Rom ist, dann wird man in einem God Rom verfrachtet. Darauf habe ich ein bisschen... Keine Mops, Secret Heart, auf dem Secret Heart, ey, absolut geil. Wenn das Item kommen würde, ey, dann GG. Ach komm schon, ich möchte hier nicht meine... ...meinen Kopf hoch benutzen. Oh, nein. Ich muss jetzt erstmal den nächsten... Aber der ist eigentlich relativ einfach. Wenn er mal umfallen würde. Sehr gut. Und du da hinten auch. Shot Speed Up. Sehr gut. Nehmen wir mal hier. Und aufpassen, 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 aufpassen. Range und Tears Up. Nice. So. Eigentlich ist es ja kein... So. Na... Ach Gott, was war denn das? Den hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte, ich krieg mal wirklich ein geiles Item. Oder ein Soul Heart. Na, wo war's denn? Du 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 So, ja. Noch was holen hier? Eigentlich nicht. Haben wir eigentlich alles. Die Entschlüssel nehmen wir auch mit. Bomben haben wir auch keine mehr. Gut. Oh. Oh. Ah, schade. Gut. Ach Gott. Wollen wir mal wieder machen. Aua. Wo kommst du mir so nah? Oh, ich hasse diese Miester, ey. Wenn man so wenig Damage ohne hat, ey. Komm. Ey, geh doch kaputt, Mensch. Oh, ey. Einmal im Kreis rumlaufen, bitte. Ja, jetzt werde ich einer Ecke hängen. Ach, ja. Mag doch Spaß. Oh Gott. Falls jetzt nochmal sterben würde, würde ich einfach mal die Part unterbrechen. Äh, das dauert dann wirklich zu lange, wie im Level Curse of the Labyrinth ist. Ach, Mann. Ja, zack. Komm, stopp. Ja. Stopp, 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 stopp. Komm, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch, weg mit euch. Kommt. Und hier genauso. Lass bisschen Geld fallen. Ach, Mann. Gut. Weg hier. Zuerst. Ach, Mann, ey. Ihr seid so nervig, ey. Lucky Town. Oh. Den nehmen wir noch gerne mit. Wird unser Glück. Glaub ich zumindest. Der neue Lucky Foot, den von Cain. Ach, ich nehme den überhaupt. Ach, stopp doch ganz doll. Oh, jetzt wird es auch reingerannt. Gut, danke. Und hier haben wir das Ghost Baby. Spectral Tears. Passt doch. Oh, danke. Ah. Das ist, äh, diese Hut gewesen, sozusagen. Ich wäre jetzt eigentlich in ein Herz gekommen, aber stattdessen ist es so laut dort erschienen. Kann nur vom Vorteil sein. Oh, fuck. Ah, es ging jetzt nicht anders. Oh, fuck. Ah, es ging jetzt nicht anders. Ausweichen. Und den Ding hab ich wohl schon auf das treffen lassen. Was total dämlich ist eigentlich. Mann, jetzt lässt doch mal was da, ey. Oh, fuck. Oh, fuck. Und hier. Ach, gib mir auch mal was wieder. Danke. Okay. Oh, ausweichen. Hoppa. Sehr schön. Nimm's dir. Jetzt gibt mir auch mal wieder was wieder. So, hier kriegen wir zwei Bomben und eine Münze. Nice. Oh, ich bin so hartgierig. Ah, komm, komm. Bombe. Oh, was haben wir hier? Ach, Gott. Ich bin auf jeden Fall maus. Schnell. Das hab ich gut gelöst. Komm schon. Bitte, 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 bitte. Och, Mann ey. Das hab ich... Sehr gut. Jetzt zu tun. Danke. Toi, danke. Ich sag auch noch danke. Aaaaaah. Oh, fuck. Ja, jetzt schießt nach oben. Einfach sterben. Stopp doch. Das geht. Und zwar ist das wie Brimstone, wenn wir ihn gedrückt halten, schießt man einen ganzen großen Strahl durch den Raum. Der ist auf jeden Fall, den kann man gezielter einsetzen als... Oh nein, schnell kaputt noch, schnell kaputt noch. Oh nein, 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 nein. Oh, ich hasse euch. Biest, ey. Ich hasse. Noch eine Bombe, juhu. Oh, ist das wieder geil, ey. Ey, das ist doch zum Gott... Ja! Ja, gut. Hat keinen Sinn. Gut. Äh, ja, das war nicht so toll, aber naja, was soll's. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin.